Hallo NES-Freunde und NES-Freunde, ich zocke alle NES-Games dieser Welt und heute ist dran Megaman. Megaman am NES. Und heute gibt es kein Wikipedia-Eintrag dazu, nichts wird vorgelesen. Es wird einfach nur mal fett gezockt. So sieht es aus. Weil ich einfach keinen Bock hatte, was rauszusuchen. Also, lasst uns einfach mal zockern. Ja, das Cover kann man sich ruhig mal anschauen. Das Cover ist wirklich episch schlecht. Ein richtig schlechtes Cover. Wahnsinn, jetzt ist es so ein gutes Spiel. Da habe ich sicherlich viel Aufwand betrieben worden, das zu kreieren. Und dann so ein Cover. Leute, 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 was geht denn mit euch eigentlich ab? Okay, ich kann links gehen, rechts gehen, ich kann klettern und ich kann hüpfen. Gut, los geht's. Ja, Megaman, nicht gerade das leichteste Spiel. Ähm, ich habe es schon mal versucht durchzuspielen und bin ziemlich hart gescheitert. Ja, ist auch bekannt als eines der schwersten NES-Games, glaube ich. Also, äh... Manche Passagen sind auch einfach nur umstiftet nicht einfach. Okay, der schießt da. Da kann ich draufschießen. Das ist jetzt, das stört mich richtig. Ich muss mich draufschießen, kann man keinen echten Krall erschießen. Naja. Ähm, ist wie es ist. Manchmal hilft es einfach nur durchrushen. Ist... Schön brafla... Ah, Dreck! Wenn man da runterfliegt, ist es ganz deppert, weil dann... Spawne Gegner natürlich wieder. Das ist natürlich nicht... Das ist natürlich so gemacht, der Gegner hat, dass er nicht wegbrezelt. Ähm, wenn man schießt hier oben, sondern man muss ein bisschen hüpfen. Und wenn man viel hüpft, trifft man den gar nicht da auf der Seite. Ah! Dreck! Falschen Button gedrückt. Man kann denn das passieren? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wieso das jetzt passiert ist. So, egal. Jetzt habe ich den richtigen gefunden. Ah! So. Naja. Hälfte der Leben nur noch. Ah! Komm! Komm, stirb! Okay, da. Und schnell rauf! Okay, da war irgendwas schwieriges, kann ich mich erinnern. Ah, ja. Ida! Dreck! Dreck! Man fällt natürlich nicht wieder von vorne an! Dreck! Aber habe ich hier oben... Nein! Man fällt natürlich nicht wieder von vorne an! Wie könnte es auch anders sein? Kein Sinn von hier gewesen noch. Ich hätte nicht viel weiter müssen. Ach so. Gut. Nochmal! Gleich nochmal! Ja, ja. Sterben und Leiden mit Megaman. Ähm. Ich habe mir damals die Collected Edition am 3DS geholt. Mit Megaman 1,2,3. Ah! Geh! Komm! Stirb doch, man! Das ist ja... Nicht mehr fertig. Ich habe schon wieder nur noch die Hälfte der Leben. Ich bin doch überhaupt nicht... Ah, ja, 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 ja. So geht das nicht. So geht das nicht. Ah, okay. Ich habe das eingesammelt. Ähm. Ja, die Collected Edition habe ich mir am Gameball besorgt. Gameball M3DS besorgt. Und... Und... Hab die dort fleißig gezockt. Aber auch dort nie durchgespielt. Den ersten Teil. Und die anderen Teile auch nicht. Aber ich habe mir das eigentlich in dem ersten Teil geholt. Und... Ah! Wieso? Hätte ich doch einfach einsahmen können. Gut. Einfach mal schlafen gehen hier. Mua! Come on! Weil heute echt nicht extra einen guten Controller genommen. Damit es keine Ausreden gibt. Hier zum Beweis. Der gute Controller. Ah, ja. Ganz feiner Controller. Lecker. Schlecker. Die feine Ware heute extra für euch rausgeholt und aufgeladen. Und... Das habe ich ja gut gemacht. Ich bin erstaunt über mich selbst. Manchmal läuft es ganz gut. Aber leider nur manchmal. Ja. Auch Glück gehabt. Super Glück gehabt. Und wenn ich da jetzt einfach durch rushe, was ist dann? Dann ist es viel einfacher. Ja. Ich kann da nicht einfach... Ihr stirbt doch! Schottiert, Mann! Wahnsinn! Dreck! Nein, was ist das? Kann ich das platt machen? Ja, das kann ich platt machen. Das braucht eine Menge Schuss. Komm schon. Hätte ich da von unten auch aufkennen? Oh, ich wäre auch gegangen. Okay. Hätte ich gar nicht unbedingt wegbrechen müssen. Aber hat... Hat ein bisschen Energie gebracht. Also was soll's. Uh, Slowdowns hier. Wow! Die Slowdowns hatte ich, ähm, 3DS auch muss ich sagen. Ich glaub, das ist ja. Das war einfach so. Die waren einfach im Spiel drinnen. Und der Emulator übernimmt das natürlich. Wenn mir hier ein Irrtum unterliegt und dass jemand zieht und weiß, möge er mir das bitte sagen. Und, dass am NES original diese Slowdowns nicht drin sind. Äh, ich bin der Lern-Trick. Schreibt's mir in die Kommentare. Waaah, Mist! Darauf hab ich vergessen. Daran hab ich nicht mehr gedacht. Ich glaub, die... Kann ich da hier so platt machen, aber... Genau. Ich weiß gleich, warum es hier zu diesem Slow... Ah, Dreck! Da hätte ich einfach durchwaschen müssen. Ah, schon wieder der Schmorn hier. Weil was Schlimmere ist gesagt. Na, 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 so geht das nicht. Ich steh dazu. Möglichst wenig schimpfen beim Let's Playen hier. Muss ja nicht sein. Das wird immer so up-ranted. Ich versuch mich da zurückzuhalten. Ah, und... Ok, jetzt geht's Richtung Endpost. Ah, die sind echt... Echt der... Echt die Grätze. Der hilft echt nur weg hier. Ja... Tschüss, Junge. Und... Ich weiß nicht mehr, was... Ah, da... Gab's da irgendeinen Dreck? Ah... Ok. Ah, da hätte ich aber gute Punkte bekommen, wenn ich den Platz gemacht hätte. Und gutes Leben zurück. Ok. Jetzt geht's. Zum Endpost, oder? Vielleicht sollte ich mich mal da kurz abspeichern. Kann ich ja hier. Safe State. Ich... Ich speichere mich hier einfach mal ab. Kostet ja nix. Ja, jedes NES geht mindestens 10 Minuten. Das ist das Format hier. Oft auch länger, wenn das Spiel gut ist und ich Bock hab. Manchmal sind 10 Minuten verdammt lang, aber Megaman... Megaman sind 10 Minuten nicht lang. Ok. Mit zu wenig welchen nicht schaffen, aber ich kann es versuchen. Hier ist er. Aha. Das war gar nicht mal so schlecht. Ich bin nicht so schlecht unterwegs hier. Ah, Mist. Ah, so knapp. Ich war richtig gut. Ich bin trotzdem gestorben. Ähm... Ah, ich kann eh nicht nochmal anfangen. Ah, ich kann eh nicht nochmal anfangen. Einfach. Okay. Ab und zu speichern. Ich habe es nicht voller Leben. Jetzt müsste ich es eigentlich nicht ein bisschen Glück schaffen. Ah, geh. Dreck. Stirb. 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 Ah, Dreck. Okay. Gleiche Strategie wie vorher. Oben bleiben und schießen. Ah... Wenn du schießt und... ihn versuchen immer unten zu halten. Ah, Mist. Ja, immer unten halten den Jungen hier. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Come on. Come on, come on. Ah, Dreck. Ah. Das schaffst du nicht mehr hier. Du schaffst mich nicht. Hehehe. Mega Man Level 1 beendet. Yeah. Okay, das habe ich auch ca. 1000 Mal gespielt. Am 3DS damals. Okay. Wieso? Habe ich es eigentlich am 3DS gespielt? Nein. Ich wollte es mal nachprogrammieren, also so ein Spiel in der Art. Und dazu wollte ich mal das Original mal genauer kennenlernen. Ich weiß nicht, was man als nächstes machen musste. Es gab irgendwie eine logische Reihenfolge, die gut ist. Ich glaube Fire Man vielleicht als nächstes. Wieso kannst du nicht einfach da rüber springen, wie ich will? Spring doch einfach. Okay, machen wir Bomberman. Bomberman! Go, 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 go! Ich habe keine Ahnung mehr. Habe ich jetzt irgendwie eine Fähigkeit dazu bekommen? Ja. Diesen Scheren Schnitt. Aber ich weiß nicht nur was der bringt. Alles vergessen. Aber wer Mega Man nicht kennt, Leute. Allein muss man mal probieren. Das ist echt so hart schwer. Ich weiß nicht, ob das im Let's Play so rüber kommt. Oh. 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 Ich glaube, wenn man das Spiel gar nicht kennt, dann geht es gar nicht. Dreck. Okay, da kann ich einfach nur durch. Ich hoffe, ich kann das irgendwie anders lösen, diese Stelle hier. Wie, 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 Leute? Wie soll ich da durchkommen? Wie verdammt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, da britzelt mich sehr Mist wieder weg. Komm raus, kann man. Wie soll ich da ausweichen? Unmöglich, oder? Wie? Ah, da geht's was. Leckerli. Und da. Und ein bisschen Energie. Ah, die Sprünge sind manchmal auch alles andere leicht. Was wird noch schlimmer? Das mit den Sprünge wird dann spät noch viel schlimmer. Da gibt's ein paar Abschnitte, die sind echt zum Verzweifeln. So, da. Was gibt's denn da schönes? Aha. Was gibt's denn da schönes? Was gibt's denn da schönes? Was gibt's denn da schönes? Was? 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 Du könntest du diese Schutzschild unternehmen, damit ich dich glatt machen kann? Ähm. Okay. Wenn ich die ganze Zeit abfeuere, was machst du dann? Wie geht der? Was? Okay. Schießen, schießen. Schießen, schießen. Hüpfen. Okay. Geschafft. War alles anders leicht. Das ist jetzt kein Miniboss oder so. Selbstverzweifeln, meinst du dem Gegner? Der ist halt krass schwer. Mist, die darf ich nicht weiter weg verschießen. Wieso? Game over! Noch ein Continuum. Zwölf Minuten. Egal, es ist Megaman. Der geht noch eine Runde. Das ist auch richtig schwer, aber dem juckt sie. schwer ist das neue leicht gibt zwar keinen sinn aber wäre ein guter werbespruch wo soll ich mich da positionieren brezelt mich der dreck einfach weg einfach weggebrezelt normal die ersten gegen ihn hätte ich auch instanz einfach durch einfach suchte sie nicht einfach sterben gehen einfach sterben gehen das geht einfach weg wenn ich ganz nahm ran bin nicht dann trifft mich der andere super nicht ich wollte noch rüpfen zwei seite eingesammelten nächster leben oder so er könnte ruhig ein bisschen mehr energie auch hergeben oder da gleich durch gleich durch waschen nicht vielleicht doch nicht ganz egal weiter geht's weiter geht's weiter geht's niemals ruhen er schon wieder ja mal gut gemacht oder den habe ich schön raffen weggebrezelt das war nicht schön das war auch nicht schön ich wollte nicht weggehen so schnell weiter 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 was ist das wieder verdammt richtig schweres zeug richtig schwer zu spielen einmal geht's noch ach Gott wieso machen sich dieses schweren games so verdammten spaß wieso eigentlich ist es so schön diese schweren spiele zu spielen sich darüber aufzureden keine ahnung irgendwie ein ganz spezielles unterfangen hier ach geh komm das war nicht so gut kann sich nicht einfach weggehen wollte ich irgendwie anders machen naja aber gar nicht mehr so wenig lebensverlangen gar nicht mehr so wenig lebensverlangen ja reden und shoppen gleichzeitig nach 800 folgen oder so sollte man es irgendwo mal drauf haben oder sollte man zumindest glauben so da jetzt ist er wieder ein mister ich habe ein schild in der hand und kill dich weg jetzt habe ich ihn mal gut weggebrezelt wahnsinn wie kann man so viel glück haben und da trifft nicht der trifft nicht ok da muss ich jetzt einfach auf diese blöden minen natürlich direkt kann ich die da wegbrechen einfach doch ja die kann man ablösen werden die kaputt davon oder werden die nur gelehnt davon ach Mist ähm umschalten die waffe umschalten ja ich rücke das geht's ja waffen wechsel da hat das spiel hat einfach alles es gibt sachen zum einsammeln es gibt verschiedene waffen zum freischalten man kann ich nach oben schießen ok das ist nicht ein bisschen nack aber ist halt die ist halt so die game mechanik die ist so kann man damit umgehen oder es lassen tschüss ich glaube ich frage mich gerade ob ich das immer schon so weit geschafft habe ich glaube ich bin nicht so sicher wieso so revue spawnen die leute das ist doch einfach krank es ist einfach krank es ist einfach krank eigentlich bock auf noch eine runde ja ich spiele noch eine runde könnt ihr abschalten wenn ihr wollt ähm nachdem ich letztens ähm auf mein so ein kurzes Zelda Video gepostet habe so ein 30 Sekunden Video von dem neuen Zelda Remake und ich darauf mehr Fuse hatte äh als auf alles was ich je jetzt fläht habe ähm ja soll ich sagen krankig ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck aber naja war nicht unbedingt das beste Gefühl dass man auch so einen 30 Sekünder mehr Fuse kriegt als andere was man bisher aufgenommen hat naja wobei es stimmt nicht ich habe ein paar Let's Plays die hatten auch mehr als 700 aber die meisten eben nicht und dann haut man so ein ganz Mini Video raus über Zelda und naja Meckern auf hohem Niveau ich freue mich ja wenn mir jemand zusieht also was solls und ich mache den nicht nur die ich mache den nicht für die Fuse sondern für die Likes Spaß ah komm stirb 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 komm 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 ah es ist nicht so wie zu respawn der jetzt warum sind geier unmöglich Mist verdammt warum ist der noch mehr gekommen also respawns ah die Daumenrechte überhaupt nicht ah ich werde an der Tiefe gekommen ah ja 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 gleich wieder verloren nein weg geh weg nein knapp 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 weg mit dem Mist ah das geht auch so ok muss man wissen dass das so auch geht jetzt kommt der irgendwo ah ich komm genau dort wo ich stehe weißt du das ist eigentlich ein wirkliches dummes Level das war das ist einfach nur dumm sorry für die Aufregung aber AUNS es ist wirklich schwer sich nicht allzu sehr aufzurecken ich beherrsche mich wirklich was geht ihr merkt das KUKU ah wieso AUNS das kann man gar nicht emotionslos spielen unmöglich das kann man nicht ohne Emissionen AUNS 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 einfach nur fertig abschießen da und ich springe natürlich zu kurz AUNS 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 ok einmal versuche ich es noch gut 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 gemeistert gut gemeistert gut gemeistert so haben wir noch ein Leben oder was dann wollte ich mich ja nur gewählen hier gehnachdem mache ich schluss warte nach dem mache ich schluss warte nach dem mache ich schluss ich weiß nicht wie ich dieses diesen blitzen hier meister wäre wenn man einfach einen treffer kassieren würde und dann halt schaden nehmen wäre ja ok aber du kassierst einen treffer und kriegst noch so einen fetten schlag dass du von dieser plattform runter fliegst und direkt in die dummen dornen BAM ja das war mega mein mega mein richtig richtig schweres zeug ähm ich stehe drauf aber das muss man mögen also man muss irgendwie sterben mögen und tausend mal probieren dann ist Mega Man der erste Teil genau das Richtige ähm vielleicht mache ich da mal wieder ein längeres Let's Play irgendwann mal ähm wenn ihr drauf Bock habt dann haut mir das in die Kommentare ähm natürlich auch eure Erfahrungen mit Mega Man am NES mit dem ersten Teil haut es mit rein habt ihr es durchgespielt würde mich interessieren ob es irgendjemand von euch geschafft hat dann haut mir das mal rein wie es für euch so war und wie ihr es geschafft habt vor allem mit welchem Trainingsaufwand ja coole Sache hat mir Spaß gemacht wieder mal ein Let's Play aufzunehmen ich hoffe wir sehen uns bald wieder Ciao Ciao